Für diejenigen Kollegen, die also definitiv und auf keinen Fall Windows benutzen wollen, habe ich einen speziellen Ordner vorbereitet, der auch bei der Anmeldung für den DVT-Fachkundekurs dann mitversendet wird. Das ist dieser Ordner hier, der heißt DVT-Kurs macOS.dentalvolumen.de. In diesem Ordner haben Sie dann halt nur die entsprechenden Dateien liegen für die Version unter macOS. Sie müssen dann die Magellan-Software benutzen, die in diesem Ordner hier abgelegt ist. Da klicken Sie einfach rein und finden dann hier die Installationsversion für die Magellan-Software für den Mac. Die Windows-Version wird hier mitgeliefert, können Sie natürlich auch optional runterladen da an der Stelle. Aber der Schwerpunkt in diesem Ordner hier liegt eindeutig auf macOS. Und wenn Sie jetzt hier in diese Unterordner reinklicken, können Sie dann sofort sehen, dass also diese Dateien hier sogenannte ZIP-Dateien sind, die Sie dann als Import in die Magellan-Software fertig reinladen können. Sie haben dann im Prinzip alles sofort vorbereitet für die Magellan-Software, dass Sie damit befunden können. Das geht in diesem Ordner hier etwas einfacher als in dem zuletzt gezeigten. Bei dem zuletzt gezeigten Ordner in dem Videotutorial also, wo ich die Windows-Version bzw. die optionale macOS-Version dann gezeigt habe, können Sie dann noch hin und her springen. Hier geht halt nur macOS. Für die User, die also definitiv Apple nutzen wollen, ist das hier die richtige Geschichte. Hier vorne finden Sie dann auf jeden Fall nochmal die Befunde für die Endodontie. Zehn optionale Befunde Nummer 16 bis 25 der Hausaufgaben können Sie dann für die Endodontie machen oder hier für die Implantologie. Da können Sie dann auch im DVT-Fachkundekurs im Prinzip schon eine Implantatplanung üben.